Jo Leute und damit willkommen zurück zu HEARDSTONE! Nein! Und diesmal nicht ganz alleine, sondern mit dem Flash-Shooter dabei! Jaha! Und wir spielen einfach mal gegeneinander! Wir versuchen uns gegeneinander! Jetzt wissen alle deine Real-Life-Namen! Ist das scheiße? Ist mir doch egal! Okay, wählen! Ist halt so, ne? Es wird darauf gewartet, okay! Positioniere Händen! Das ist auch geil, ne? Treibe Morlocks zusammen! Ja, mach das mal! Fülle Ladebalken auf! Ja! Jaina! Gegen... Jaina! So! Und jetzt den erlaubt rein! Nein! Nicht darauf anfangen, ach du Scheiße! Ach! Was hab ich denn Fischer jetzt gehalten? Er tröste dich! Sag! Na! Ich krieg's kotzen! Na! Ja! Willst du mich eigentlich verarschen? Obwohl? Doch! Ja! Ich mach mal das Lagerfeuer wieder an! Ich kann das nicht sehen! Das ist schade eigentlich! Ja! Das ist schade, dass das nicht geht! Ja! Dann hau mal rein! Achso! Du kannst auch nicht! Nö! Alles klar! Ja! Obwohl ich drei Stück weggeschmissen hab eben! Naja! Das mach ich... Am Anfang mach ich immer eins, zwei oder so! Das sind aber noch gute bei! Ein bisschen die Gesamtlautstecke runterdrehen! Ja! Ähm! Ja! Den hab ich fast ganz auf... runter! Mhm! ... Oh Felix Ey, wieviel der Let's Plays sich umlaufen hab ich krieg' nen Rappel, ne? Wohnwitz! Was soll ich denn sagen? Ach hell nicht rum! Du hast doch fast schon wieder ein Wort! 하는 assist? Fick dich, Flash! Leck mich da. Papapalalala. Achja. Lass mal das Auge der Statue raushauen. Ach du scheiß Spotter. Ich weiß. Er hat gar nix anderes verwandt. Ja, ja. Wirklich? Ziehen sie zwei Karten. Hoffentlich hast du gleich keine Karten mehr im Deck. Nö, nö. Passiert schon nicht. Jaja. Boah, fick dich doch. Was denn? Ich kann nix dafür. Wo bin ich? Wer ist das? Lass Mr. Bycer in Ruhe. Äh. Aber komisch, er, für so'n Spiel, der Switchgrenze zwischen 28 bis 35 FPS. Ja. Oh, ich hasse dich. Das Dingo. Der Mongo. Ich hab immer so zwischen 58 und 60 FPS. Was? Ja, ich hab das nicht für klein eingestellt. Pisser. Ich hasse dich. Sag nicht, du hast sie dreimal. Nein. Boah, ich hasse dich. Du bist ein Arsch. Echt? Ich weiß. Ich weiß. Hör auf. Warum hast du mir da so gegen? Ich weiß. Du hast mich dafür. Ich hab da aber noch mehr Karten gefunden. Sie sind geil. Das war's. Mal. Ja. Kleine Schlampe. Naja. Viel Spaß. Das ist das Spielgebild Hauptsache gewesen. Ah. Hauptsache, es war mal reduziert. Hauptsache, es war also alle Sportmonster noch da. Hehehehe. Ey, 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 ey. War mir aber klar, dass ich verliere. Irgendwie war mir das voll klar, weil ich immer noch das Basis-Stack nutze. Aber wir können beide ja mal so mit Basis-Stacks spielen sonst. Ja, sind aber eh die gleichen Karten bei jedem drin, oder nicht? Ja, aber vielleicht füllt man verschiedene aus. Vielleicht die gleichen weiß man ja nicht, ne? Ja, können wir gleich mal ne Runde machen mit Basis-Stack. Aber gleichen Charakter, oder was? Ne, ich meinte ja. Jeder wählt einfach aus und fertig ist. Vielleicht nimmt man die gleichen, vielleicht nicht. Boah, ich kenn die Basis-Stacks von den anderen gar nicht. Und du hast da noch nicht so viele drin. Du hast nur zwei Stück oder so, ne? Ja. Und nur ich und Hep weiß ich. Mhm. Achja. Na, du mich auch. Was denn? Kann ich's dafür? Na, ich fahr' denn auf meine gute Karte eigentlich gerade. Ich fahr' auch auf meine guten Karten. Aber irgendwie wollen die alle nicht. Ne, wollen sie nicht? Naja. Ne? Hm. Nachtklinge, ey. Lass Herr Beißerchen in Ruhe. Such dir jemand anders aus. Na, kann sich nicht entscheiden. Du bist doch gemein. Wieso? Du killst den armen Herr Beißer. Das war's. Also, das geil ist, weil man ja angreift, dass man trotzdem dann noch Leben dadurch verliert, ne? Naja, deswegen. Das finde ich auch gut gemacht. Oh, scheiß anstorben, hau' ab damit. Was denn? Ich hab' gesagt, hau' ab damit. Hau' dich rum. Oh, Mann ey, du Arsch. Ich hab' noch eine Überraschung für dich. Achso, ich hab' noch eine für dich. Du bist doch ein Arsch. Mir fehlt eigentlich die gute Kombi. Dann könnte ich dich jetzt so ein Zügenplatten machen. Mhm, könntest du ja. Ah, Akane Geschosse. Ja, warum nicht? Ja, Gott sei Dank, auch noch die Falschen getroffen. Nimm das! Ja, warum nicht? Das ist, das ist auch gemein, ey. Na, komm. Ich hasse, dass du meine Idee mit Spott angreifen musst. Ja, das ist schon kacke, ne? Aber sei froh, da ist ja nichts passiert bei dem. Sei froh, dass... Aber ich hab' verloren. Weißt du doch gar nicht. Wenn ich keine Karten gekommen bin, dann ist das kacke. Wieso ist der Zaun zu laut eigentlich? Weiß ich nicht, aber das ist auch gemein. Benner. Achso, weißt du, was gemein ist? Und dass ich so so verloren habe jetzt. Verloren! War aber voll klar. Level 8. Level 13. Jawoll, friert jeden Charakter ein. Ja, wie gesagt, können wir ja üben jetzt machen. Ja. So, Basis-Dekadat. Alles klar. Mhm. Okay. Hm, wer nehm' ich denn da jetzt? Also, ich bin bereit. Ich weiß es noch nicht. Ich probier's einfach. Versammle Zuschauer. Ja. Was für Zuschauer? Wir haben keine Zuschauer. Suche Brett aus. Ja, suche. Ja. Es stillen schon komische Sachen. Ja. Oh, Jäger. Direkter Angriff. Mhm. Das ist schon heftig mit direktem Angriff, ne? Mhm. 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 Okay. Ich kenne die ganzen Karten nicht, ey. Und ich vom Jäger auch nicht. Das ist das erste Mal, dass ich jetzt mit dem Jäger spiele. Mhm. Boah. Bisschen am Gucken, ey. Mhm. Naja. Fünfmal rein. Übrigens, spielen wir schon wieder neun Minuten. Ja. Ich weiß. Penner. Ey, ich kann ja nix machen. Penner. Ich kenne die Karten null auswendig. Aber wirklich gar nix hier. Oh. Akana Schuss, ey. Es ist unglaublich mit diesen Karten, ne? Ich hatte das ja als Gegner gehabt. Mhm. Das ist geil, dass man an der Seite gucken kann, ne? Was ja. Wat ihr wolle. Wat ihr wolle. Wat ihr wolle. Wat ihr wolle. Wolle gabs mal irgendwo. Ahhhh. Entschuldigung, als wenn du ein ganze Batzen da voll hast, ey. Wen willst du grüßen? Dich. Du weißt, wie das geht, ne? Ne. Rechtsklick auf dein Portrait rauf. Ach so. Johohoho. Nu. Auch. Nervlich. NNO. Ich stelle immer so n bisschen in die Einrichtle rum. Ja, ich bin auch grad am Gucken hier. Ich schlaf nicht ein. Ich doch nicht. Ja, wie gesagt, null Ahnung wie das Deck funktioniert, ey. Erstmal hier. Durchjubeln. Yolo Yolo. Ach, Mann, ey. Schön, ne? Geht mir das Deck auf den Nerven. Ich hab auch gegen Jürgen gespielt. Oh, ich hab das Katzenkrieg.